Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial zum Thema PrepCheck Software 5. Hierbei handelt es sich um Teil 2 einer Tutorial-Serie. In diesem Video demonstrieren wir den Workflow von der Anlage eines Files in der ZEREC-Software bis zum nahtlosen Datentransfer in die PrepCheck-Software. Wir befinden uns auf der Startseite der ZEREC-Software 5 und fügen zunächst einen neuen Patienten hinzu. Es erscheint ein Fenster und bei den mit einem Stern versehenden Angaben handelt es sich um Pflichtfelder. Wir legen einen Vor- als auch Nachnamen fest und klicken auf Fall hinzufügen. Die ZEREC-Software ist in 5 Phasen mit jeweils unterschiedlich vielen Schritten aufgebaut. Wir befinden uns in der Administrationsphase und bestimmen zunächst die Indikation im Fenster am linken Bildschirmrand. In unserem Fall handelt es sich um eine Einzelzahnpräparation auf der Position 3.6. Design-Modus, Material und Gerät sind nur relevant, wenn Sie in Ihrem Kurs auch eine Restauration designen wollen. Die Datenübertragung an PrepCheck kann auch schon vor der Designphase erfolgen. Wir tippen auf die entsprechende Zahnposition im Zahnschema und wechseln in die nächste Phase, die Aufnahmephase. Aufgrund der zuvor ausgewählten Indikation erscheinen jetzt drei Bildkataloge. Der Bildkatalog und der Kiefer ist mit einem Stern als auch einem Fragezeichen versehen, da es sich dabei um einen Pflichtkatalog handelt. Die Bildkataloge Ober, Kiefer und Bukal sind optional. Dennoch ist es empfehlenswert, auch diese Scans durchzuführen, da die ZEREC-Software bei der Berechnung der virtuellen Modelle mit Hilfe dieser Bildkataloge bestimmte Schritte automatisch durchführt. Dies erspart Ihnen Zeit im Prozess. Sie sehen hier die final gescannten Bildkataloge. Informationen zur Durchführung der Scans erhalten Sie in unseren Video-Tutorials mit den Titeln Tile-Scan bzw. Voll-Kiefer-Scan mit Prime-Scan. Das grüne Häkchen im Bildkatalog Bukal zeigt Ihnen an, dass die BIS-Registrierung erfolgreich stattgefunden hat. Durch Klicken auf den kleinen Pfeil nach rechts wird die Berechnung der Modelle gestartet und wir wechseln in die nächste Phase und in diesem Workflow-Finale-Phase die Modellphase. Zunächst berechnet die Software die Modelle, dann wird die Modellachse automatisch festgelegt und im Anschluss wird auch der Präparationsrand eingezeichnet. Die letzten beiden Schritte werden unter der Voraussetzung, dass alle Bildkataloge gescannt wurden, automatisch durchgeführt. Dies ist auch in der Schrittleiste anhand der grünen Häkchen erkennbar. Wir befinden uns jetzt in der Modellphase im Schritt Präparationsrand zeichnen, der zur Überprüfung oder gegebenenfalls zur Korrektur des automatisch festgelegten Rands dient. Bei Bedarf kann dieser durch Klicken auf das Papierkorbsymbol gelöscht werden. Um den Rand neu einzuzeichnen, starten wir an einer gut erkennbaren Stelle auf der Präparationsgrenze mit einem Doppelklick, setzen weitere Einzelklicks, bis wir an den Startpunkt gelangen und beenden den Vorgang mit einem Doppelklick. Wie Sie gerade gesehen haben, legt die Zerrex-Software magnetisch eine Linie, wo die Grenze verlaufen könnte. Sollte es wie in unserem Fall palatinal nicht zutreffend sein, können Sie den Bereich manuell korrigieren. Hierzu starten wir erneut mit einem Doppelklick, setzen falls nötig weitere Einzelklicks und beenden mit einem Doppelklick. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, öffnen wir das Systemmenü, indem wir auf die Schaltfläche links oben tippen. Hier finden Sie die Option Applikation ausführen. In unserem Fall sind die beiden Applikationen OraCheck und PrepCheck installiert. Durch tippen auf PrepCheck erscheint das Exportmenü. Hier können Sie den Kurs auswählen, der durch den Dozenten für Ihre Präparationsübung festgelegt wurde. Wir öffnen zu Demonstrationszwecken das Dropdown-Menü. Durch Wählen des entsprechenden Kurses arbeiten wir automatisch mit den dafür hinterlegten Parametern. Sollten Sie nicht unmittelbar an Ihrem Fall weiterarbeiten können, haben Sie die Möglichkeit, die Datei auf Ihrer Festplatte oder einem Ordner im Laufwerk abzuspeichern. Der Fall kann dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet und analysiert werden. Wir tippen auf In PrepCheck öffnen und die Software wird parallel gestartet. Jetzt ist unser Fall in der PrepCheck-Software hochgeladen und wir befinden uns bereits in der Vorbereitungsphase. Bevor wir hier fortfahren, gehen wir in die Phase Falldatenbank zurück. Hier erhalten Sie nochmals einen Überblick über den vollständigen Patientennamen bzw. Fallnamen, den Restaurationstyp inklusive Position und das Aufnahmedatum. In der Falldatenbank werden alle importierten Fälle gespeichert und Sie können Ihren Fall hier jederzeit wieder aufrufen, indem Sie auf die Schaltfläche Fall öffnen tippen. Wir gehen zurück zur Phase Vorbereitung, in welcher wir die durch die PrepCheck-Software automatisch eingezeichnete Oklusallinie beurteilen und bei Bedarf korrigieren können. Wir öffnen in der Seitenpalette die Option Werkzeuge und können die Oklusallinie bearbeiten. Sie können die Linie verwerfen oder wie zuvor beim Zeichnen des Präparationsrahmens die Linie korrigieren. Da wir den Vorschlag der Software übernehmen möchten, wechseln wir in die letzte Phase, die Analysephase. Informationen zu dieser Phase mit den Schritten Vergleich mit Masterpräparation und Analyse erhalten Sie in Teil 3 und 4 dieser Tutorial-Serie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit PrepCheck!